Die Diagnose Kreuzbandriss. Patrick Helmes durchlebt das schon zum zweiten Mal. Das habe ich jetzt in der Reha gemacht und ich denke, dass ich jetzt wesentlich fitter zu komme als damals und hoffentlich auch weniger Zeit brauche, zu alter Freundin zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Schuhkisch beteiligt auf Helmes Volley-Traumtor. Mein Schuhkisch beteiligt auf Helmes Volley-Traum. Mein Schuhkisch beteiligt auf Helmes Volley-Traum. Mein Schuhkisch beteiligt auf Helmes Volley-Traum. Mein Schuhkisch beteiligt auf Helmes Volley-Traum.